Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reckoning of the Rebellion. Wir sind gerade immer noch fleißig am Hochtecken und dann kann ich hier eigentlich auch noch mal Mission nach Mission. Dantuin, okay. Ähm. Moin. Dantuin. Er kann sich nicht bewegen. Ah doch. Ähm. Was wollte ich denn gerade tun? Ah jo. Hier sind wir bei Boden-Turpen. Genau. Ich wollte den über... Oh mein Gott. Entschuldigung. Nein, den wollte ich doch gerade abreißen. Äh. Nach... Meilkru... Meilkru? Wo warst du? Da. Let's go! Green Leader? Aha. Gibt's nur so ein paar Hellen, die wir haben. Ja mein Gott. Äh. Structure Allianz Medium Schipjahrt auf Tarakia. Tarakia Medium Schipjahrt. Überhaupt, was krieg ich dafür? MC40 Destroyer. Jo. Bin am Start. Tech Upgrade under construction. Pirate Rescue failed. Ja, hm. Ängerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Yes, sir. Successful. Quillerts bekommen. Die nehme ich doch gerne. Okay. Ähm. Geh mal wieder nach der Bar hin. Wenn du da warst. Ich weiß es nicht. Okay. Mission Log updated. Ich will doch gerne noch ein bisschen. Daven. Ähm. Tech 3 Bau hat er mit seinem Tech 3. Ja, dann baue ich hier halt auch nochmal. Tech 3. Und die Schiffe, die du mal dafür gibst. Dann mache ich das auch sehr gerne. Okay. Woran mangelst in der Flotte? Hm. Jäger hätte ich jetzt gesagt. Man schlagkräftig sind hier. Und ein paar kleine Fregatten. Hier so ein paar Hammerheads. So was ist auch mal ganz nett. Ähm. Mission Log updated. Ja, bitte. Riot. Nee. Ja. Dann schicke ich jetzt gerne Han Solo nach Calais. Wir schaffen die aber eh nicht. Mission Log updated. Ja, Riot fährt. Mensch. Tarkia wird angegriffen. Hm. Ja, was ist das denn? Ähm. Destroyer. Edmund Otzel, der gute. Tech Door. Und für jetzt da das Tor. Hier kämpfen werde ich das natürlich. Ja, genau. Aber dann schickt man gleich unsere Mont Calamari-Flotte mal vorbei. Aber ich glaube, ich kann nicht ein Schiff mitnehmen. Nee, nee. Ich will mir nur kurz die Map einmal angucken. Ah. Sieh gedrückt. Hallo. Ja, nee. Nö, nö, nö. Das wird nix. Sehr nebelig, die Map. Okay. Ja, und ruckzuck. Finde ich cool, dass die die alle, ich habe schon 6000 Mal gesagt, neu gemacht haben. Okay. Dann schicken wir kurz unsere Mont Calamari-Flotte hier hin. Dann räumt ihr hier mal auf. Ja, ja. Aber dafür müssen die Leute jetzt hier nicht sterben. Für nix. Boom. So nehmlich. Großer Feuerball. Okay. Dann. Ja. Und darum. Was ist das denn jetzt hier für ein Zangenangriff? Okay. Aber Anderon hat eine Q2. Ähm. Recruiting. 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 Eine Großoffensive des Imperiums hier. Wir müssen, müssen die ja wissen, ne? Schlagen wir gleich erstmal wieder zurück. Okay. Aber. Ja, da habe ich Bodenanhalten. Erstmal machen wir jetzt die Schlacht. Weil. Das Geld brauche ich jetzt. Den Planeten kriege ich hier nicht so leicht. Darum müssen wir jetzt kämpfen. Oh, ich habe ja noch eine Werft. Nicht Verstärkung kaufen. Klarabay 327. Ah, kipps so. Okay. Was, was, was? Okay. Warum blinken die? Verstehe ich jetzt nicht. Sehr gut. Ja, du. Genau. Na, wie geht das mal weg? Da kommt mal eine Verstärkung. Und ich kenne euch. Komm mit hier nach vorne. So. Ja, ihr gehört leider hier vor. Das ist leider. Ihr gehört halt hier vor. Ähm. Upgrade in progress. Marauder Cruiser hier. Ja, der Marauder Cruiser gehört da hin. Du bist auch hier hinter. Okay. Äh. Bist du auf ihn? Auch? Was seid ihr denn? Gunships. Nehme ich. Anti-Jäger. Okay. Long Range Turbulasers. Ähm. Z95. Geh mal scouten. Ich würde jetzt irgendwie so eine Ansprache halten, ne? Aber das sieht nicht gut aus. So. So. Haben wir Jäger-Unterstützung? Yes, sir. Kreuzer bereit, Sir. Großgesetzt. Ziel auf 2 und 9. Großgesetzt. Abwälten. Und die. Ziel auf 2 und 9. Arm'd and ready. Look out. C95 here. Over. Primary Target acquired. Locked off. Weiter bereit, Sir. Über Raketenabwehr ist auch eher mau bei uns. Send me on my way. We're going in. I'm going in. Old Trampum. Busgesetz. Awaiting Instructions. Frequenz open. Attack. Okay. Also. Ähm. Wir fangen mit dem Sternenzerstörer hier links an. Yes, Commander. Ich war gar nicht schübsig. Was hat ihr denn gut? Ich muss mal sagen, gegen den Victory. So. Ich habe noch X-Wings. Dann fangt ihr mal ab. Ähm. Mache ich noch einen A-Wing. Da kann man einfach rein. Ja. Dann habe ich noch einmal ihn hier. Wir öffnen die Magnetik-P-Code. Okay. Mehr geht nicht. An Dingen. Konzentration Firepower. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Stopp. Ja, ja. Ich weiß. Okay. Da kommt jetzt vorhin ein feindlicher Dreadnought. Den müsst ihr euch schnappen. Ich glaube, ich habe hier den Victory. Jäger-Technisch bin ich gerade ganz schön im Vorteil. Deswegen mache ich jetzt was Untypisches. Ähm. Mit Jägern die großen Schiffe angreifen. Ready for orders. Reporting in. Attack. Station ready. Ready for action. Warm up. Send mich an meinen Weg. Heizem Heizem Heizem. Ready for command. Fire. I'm the Jäger-Unterstützung. Wo ist der? Hier. Target those lasers. Weiß so fun. Weapons arm. Take out the missile launchers. Okay. Warm up. Taking out the missile launchers. Jaja, die können ja ruhig da gerne da hinten rumfliegen. Die werden ja sehen, dass ihr das nicht so viel bringt. Ready for orders. Weiser bereit, Sir. Die sind in sich geteilt. Fire on those lasers. Energie aufwaffen umgeleitet. Okay. Da, die Schilder müssen weg. Wo sind die Gegner? Ich will sie nicht. Okay, das Bestation ist Geschichte. Das macht aber nichts. Bitte dann bitte einfach mal zu dritten Inland ausschalten. Ich stehe das hin. So, darauf. Going for the lasers. So. Den Victory kriegen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Ihr greift weiterhin an. Du bist mir ein bisschen frech. Das Gute ist, ich habe immer noch Jäger holt. Die Schilder sind bereit. Aktivieren. Open fire. Reporting. Targeting Systems. Y-Wing Squadron reporting. Okay. Ähm. Yes, Commander. Targeting. Die drei Jäger jagen den noch. Roger that. Die Gunships sind ganz schön krass. Fire! Ich will noch nichts beschwören, aber es läuft gar nicht so so schlecht. Ich glaube, er hat es leichter vorgestellt. Mist-KI hier. So, ähm. Geht mal auf die Turbo-Laser. Targeting Firepower. So, ich bin ein Fan von den Gunships auf jeden Fall. Okay, wir werden den Turbo-Laser hier weiterhin platt machen. Immer schön Fokus-Fire mit allen Jägern. Deswegen sollte man immer schön Jäger abwärmt haben. Oder genug Jäger. Weil Jäger sind eigentlich nur die besten Jäger abwärmt. Ja, wobei, nee, stimmt eigentlich nicht. Deine HAPS-OP-Schifter macht das eigentlich easy. So, da war das echt eine aussichtslose Schlacht war. Liegt das erstaunlich gut. Aber wir gewinnen das nämlich noch, wie ich gesagt habe. Flick mal bitte an den vorbei. Die wir auch früher machen können. Komm, dann buff dir doch mal hier alle. Target, form up. Target confirmed. So. Ist egal. Okay, weiter geht's. Ja, komm, mach ich noch ein bisschen näher. Nur noch der Hüllenpunkt. Nur mit Jägern, äh. Ich diesen direkt den Hüllenpunkt jetzt auch noch zerstören muss. Ja, Sir. Ja, gut. Ja, Commander. Space Station damage. Ready? Fire. Yes, Commander. In Rage. Attacking target. Ah! Das finde ich krass, dass ich trotzdem den Hüllenpunkt noch platt machen muss. Wir öffnen den Magnetik-Target-Lock. Space Station unter attack. So, machen jetzt kaputt. Sehr gut. Ich glaube, die Station kriegt er noch. Na, vielleicht auch nicht. Attacking target. Let's get them. Wird knapp. Ne, die kriegt er nicht mehr. Alter, okay. Holy shit. Ja, ja, jetzt zieht euch zurück. Okay, krass. Q2 verloren. Ja, dafür eine ganze Flotte. Ach Gott. Ja, okay. Q2 wieder aufbauen. Es sind nur Infanteristen. Okay, wo spawnen die denn? Ne, da kann ja nicht. Hier, oder was? Ne, dann geht doch nach... Da. Und irgendwas geht noch hier. Vielleicht zwei. Ne, wir gehen noch da oben. Okay, das machen wir erst im nächsten Part. Ich bin dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.